Ein großer Teil der Apostelgeschichte besteht aus Reden, Ansprachen und Briefen. Darunter werden insgesamt acht Reden von Petrus zitiert, insgesamt neun Reden von Paulus und Stephanus' berühmte Ansprache vor dem Sanhedrin, Apostelgeschichte 7, 2-53, eine kurze Ansprache beim Jerusalemer Konzil von Jakobus, Apostelgeschichte 15, 13-21, der Rat, den Jakobus und die Ältesten von Jerusalem, Paulus gegeben haben, Apostelgeschichte 21, 20-25 und zusätzlich zu dem Brief an die Heidenkirchen, Apostelgeschichte 15, 23, 29 und dem Brief an Gouverneur Felix von Claudius Lysias, Apostelgeschichte 23, 27-30, finden wir zahlreiche Ansprachen. Eine interessante Frage, die sich dazu stellt und die man untersuchen kann und auch soll, bezieht sich darauf, ob diese Reden und andere Ansprachen historisch authentisch sind oder ob sie stattdessen die Erfindung von Lukas, dem Verfasser der Apostelgeschichte, darstellen. Also haben die Leute das so gesagt, wie sie in der Apostelgeschichte zitiert werden oder hat Lukas es ihnen zugeschrieben? Wir haben einen Hinweis darauf, dass Lukas selbst Paulus auf einem bedeutenden Teil seiner Reise begleitet hat. Ja, dies wird durch Lukas Verwendung des Pronomens wir ab Apostelgeschichte 16 angedeutet. Das bedeutet, dass Lukas während der Rede des Paulus in Athen, Apostelgeschichte 17, seiner Ansprache an die Ältesten von Ephesus, Apostelgeschichte 20, seiner Rede in Jerusalem, Apostelgeschichte 22, anwesend war und seine Verteidigung vor Felix, Festus und Agrippa, Apostelgeschichte 24-25 mitbekommen hat. Da Lukas ein enger Gefährte von Paulus war, ist es durchaus plausibel, dass Paulus Lukas den Wortlaut seiner anderen Predigten gegeben hat. Möglicherweise hat er Lukas sogar Informationen über Stephanus' Ansprache an den Sanhedrigen gegeben, bei der Paulus selbst anwesend war, Apostelgeschichte 7, 58. Lukas hat wahrscheinlich Material von Petrus bezüglich seiner Reden erhalten und Jakobus hat möglicherweise auch Material über das Jerusalemer Konzil bereitgestellt. Nun ist klar, dass Lukas diese Reden in kumulativer, also zusammenfassender Form vorträgt, Apostelgeschichte 2, 40. Aber die Frage, die uns hier beschäftigt, ist, ob diese Reden von Lukas wahrheitsgemäß wiedergegeben wurden. Und dazu schauen wir uns einmal die Reden von Stephanus, Petrus und Paulus an. Die Rede des Stephanus, die in Apostelgeschichte 7, 2-53 gehalten wird, spielt ausführlich auf die alttestamentlichen Schriften an und zeichnet die Geschichte der Juden von der Zeit Abrahams bis zu der Zeit des Tempels Salomos. Insgesamt zitiert die Apostelgeschichte 40 Mal das Alte Testament. 15 dieser Zitate erscheinen in Stephanus' Rede. Dieses wiederholte Zitat aus dem Alten Testament ähnelt nicht dem literarischen Stil von Lukas, sondern legt nahe, dass sein Ursprung bei einem Theologen von Stephanus' Kaliber liegt. Darüber hinaus gibt es mindestens 23 Wörter, die außer der Rede des Stephanus niemals in der Apostelgeschichte oder im übrigen gesamten Neuen Testament zu finden sind. Auch die besondere Art des Stephanus über den Tempel und Mose zu sprechen, findet sich nirgendwo außer in dieser Rede des Stephanus. Ferner sind die Wörter, Bedrängnis und Versprechen in diesem besonderen Diskurs eine besondere Bedeutung einnehmend, die nicht die Art und Weise widerspiegelt, in der diese Wörter im Rest der Apostelgeschichte verwendet werden. Die Reden des Apostels Petrus in der Apostelgeschichte verwenden ähnliche Wortwahlen und Ideen wie die seiner Briefe. Zum Beispiel die Parallelen sowohl in Bezug auf die Wortwahl als auch auf die theologischen Konzepte in den Reden des Petrus in der Apostelgeschichte und im ersten Brief des Petrus. Durch Gottes wohlüberlegten Plan und Vorherwissen Apostelgeschichte 2, 23 erwählt nach dem Vorherwissen Gottes 1. Petrus 1, 2 Silber oder Gold habe ich nicht, Apostelgeschichte 3, 6 Nicht mit vergänglichen Dingen wie Silber oder Gold seid ihr erlöst worden 1. Petrus 1, 18 Der Glaube, der durch ihn kommt, Apostelgeschichte 3, 16 Durch ihn glaubt ihr an Gott 1. Petrus 1, 21 Kehrt also um und wendet euch Gott zu, damit eure Sünden ausgelöscht werden Zeiten der Erquickung vom Herrn kommen und er den Messias senden kann, der für euch bestimmt ist, nämlich Jesus Der Himmel muss ihn aufnehmen, bis die Zeit gekommen ist in der Gott alles wiederherstellen wird wie er es vor langer Zeit durch seine heiligen Propheten versprochen hat Das sagt Petrus in Apostelgeschichte 3, 19 bis 21 Da alles auf diese Weise zerstört wird was für Menschen solltet ihr sein? Ihr solltet ein heiliges und gottgefälliges Leben führen während ihr euch auf den Tag Gottes freut und sein Kommen beschleunigt Das schreibt Petrus in 1. Petrus 3, 11 bis 12 Jetzt erkenne ich, wie wahr es ist dass Gott keine Bevorzugung zeigt sagt Petrus in Apostelgeschichte 10, 34 In 1. Petrus 1, 17 sagt er Da ihr einen Vater anruft, der die Arbeit deines jeden unparteiisch beurteilt 1. Petrus 1, 17 Den Gott zum Richter der Lebenden und der Toten eingesetzt hat Apostelgeschichte 10, 42 Aber sie werden den Rechenschaft ablegen müssen der bereit ist, die Lebenden und die Toten zu richten 1. Petrus 4, 5 Die Beweise weisen einheitlich auf den peterianischen Ursprung der Predigten hin die ihm in der Apostelgeschichte zugeschrieben werden Dass Begrifflichkeiten und Wörter verwendet werden in solchen Dingen die eben ansonsten nur zum Beispiel in den Briefen des Petrus zu finden sind oder besonders für die theologischen Konzepte von Petrus sind Auch das deutet darauf hin, dass von Petrus Wahres zitiert wurde Dass wirklich vom historischen Petrus zitiert wurde und zwar das, was er historisch gesagt hat und auch historisch sagen konnte aus seiner Prägung heraus aus dieser historischen Dimension aus dieser zeitlichen Dimension heraus Was die Predigten des Paulus betrifft gibt es eine klare Verbindung zwischen den Reden in der Apostelgeschichte und den Briefen des Paulus Zum Beispiel sagt Paulus in Apostelgeschichte 13, 39 als er in der Synagoge in Antiochia predigte Durch ihn wird jeder, der glaubt, von jeder Sünde befreit Eine Rechtfertigung, die ihr unter dem Gesetz des Mose nicht erlangen konntet Diese Rechtfertigungslehre ist ein gemeinsames und charakteristisches Thema in den Briefen des Paulus In der Predigt des Paulus in Athen erklärt er In der Vergangenheit hat Gott solche Unwissenheit übersehen aber jetzt gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun Apostelgeschichte 17, 30 Dieser Satz hat Ähnlichkeit mit der Aussage in Römer 3, 5 Er tat dies, um seine Gerechtigkeit zu beweisen weil er in seiner Langmut die zuvor begangenen Sünden ungestraft gelassen hatte Ebenfalls in Übereinstimmung mit der Predigt von Paulus in Apostelgeschichte 17 in Athen weist Paulus Brief an die Römer darauf hin dass Gott sich selbst durch die Schöpfung offenbart hat Römer 1, 19 bis 21 und dass ein Tag kommen wird, an dem Gott die Geheimnisse der Menschen durch Jesus Christus richtet Apostelgeschichte 2, 16 Und die Parallelen zwischen der Ansprache des Paulus an die Ältesten von Ephesus und seinen Briefen sind ebenfalls beachtlich Ich habe dem Herrn mit großer Demut gedient sagt Paulus in Apostelgeschichte 20, 19 Lasse es nie an Eifer mangeln, sondern bewahre deinen geistlichen Eifer und diene dem Herrn schreibt er in Römer 12, 11 und in großer Demut dieser Begriff, der findet sich in Epheser 4, 2 wieder Ich halte mein Leben für nichts wert mein einziges Ziel ist es, den Lauf zu beenden Apostelgeschichte 20, 24a 2. Timotheus 4, 7 Ich habe den guten Kampf gekämpft Ich habe den Lauf beendet Ich habe den Glauben bewahrt Und erfülle die Aufgabe, die der Herr Jesus mir gegeben hat Apostelgeschichte 20, 24 Sieh zu, dass du den Dienst erfüllst den du vom Herrn empfangen hast Kolosser 4, 17 Obwohl die Reden in der Apostelgeschichte in zusammengefasster Form präsentiert werden gibt es einen guten Grund zur Annahme dass die von Lukas aufgezeichneten Predigten tatsächlich nicht aus der Feder von Lukas stammen sondern tatsächlich authentische Predigten sind die von den Personen gehalten wurden denen sie zugeschrieben werden Und wenn dem so ist dann haben wir Quellenmaterial das der Apostelgeschichte zugrunde liegt das außerordentlich früh zurückreicht und uns einen einzigartigen Blick in den frühen Glauben der frühchristlichen Bewegung gewährt Und was stellen wir zudem fest? Wenn wir die Briefe des Apostels Paulus und das was von ihm zitiert wird in der Apostelgeschichte einmal vergleichen so stellen wir fest die gleichen theologischen Konzepte die gleiche Wortgewandtheit die gleichen Begrifflichkeiten und sogar im Originalen Griechischen die gleichen Redewendungen mit den gleichen philologischen Begrifflichkeiten und Bedeutungen so dass wir es hier tatsächlich damit zu tun haben dass hier jemand und Lukas ist ja als sorgfältiger Historiker bekannt tatsächlich das zitiert was die Apostel vorgetragen haben und da gleiche Gleiche jetztけて ich es hier 탈 von Marang